Bhagavad Gita, Vers 3.27 Die verwirrte Seele hält sich unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur für den Ausführenden von Aktivitäten, die in Wirklichkeit von der Natur verrichtet werden. Erklärung Ein Mensch im Krishna-Bewusstsein und ein Mensch im materiellen Bewusstsein, die die gleiche Arbeit verrichten, scheinen auf der gleichen Ebene zu handeln. Doch zwischen ihren jeweiligen Positionen besteht ein gewaltiger Unterschied. Der Mensch im materiellen Bewusstsein ist durch sein falsches Ich davon überzeugt, dass er der Handelnde ist. Er weiß nicht, dass der Mechanismus des Körpers ein Produkt der materiellen Natur ist, die unter der Aufsicht des höchsten Herrn aktiv ist. Der materialistische Mensch weiß nicht, dass er sich letztlich unter der Kontrolle Krishnas befindet. Der Mensch unter dem Einfluss des falschen Ichs behauptet, alles unabhängig zu tun. Doch dies ist nur ein Zeichen seiner Unwissenheit. Er weiß nicht, dass sein grob und feinstofflicher Körper unter der Anordnung des höchsten persönlichen Gottes von der materiellen Natur geschaffen wurde und dass er daher die Aktivitäten seines Körpers und Geistes im Krishna-Bewusstsein in den Dienst Krishnas stellen sollte. Der Unwissende vergisst, dass der höchste persönliche Gott als Rijikeja, der Meister des Sinne, bekannt ist. Denn durch den langen Missbrauch seiner Sinne zur materiellen Befriedigung ist er vom falschen Ich völlig verwirrt, sodass er seine ewige Beziehung zu Krishna vergessen hat.